Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir eine kleine Tour und zwar den Hassler Wildschwein. Diese Tour ist etwa 6,8 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann bleibt dran. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn euch diese kleine Wanderung gefallen hat, einfach einen Daumen hoch und wenn ihr mögt, lasst einfach noch ein kostenloses Abo da. Vielen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir die Traumschleife, ist ja gar nichts.